Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, nämlich Minecraft Murder Mystery. In der letzten Reihe sind wir dort auch gearbeitet. Ja, ich will ja auch typisch. Boah, keine Ahnung, mein Name ist meinetwegen. In der letzten Zeitpunkt gibt es hier YouTube-Livstreams mit Freودaten, sonst hab ich eh keine mehr, ohne Zenate bis zu mir nach dem Urlaub. Und da ich auch über das Wochenende wegfahre, muss ich ja nicht reproduzieren! Und ja, der Zahl wird jetzt nicht mehr, da müssen wir gehen jetzt in nächster Zeit. Wir machen Murder Mystery Double Up. Leute, ich bin nicht die Scheiße. Also macht mir Spaß, nicht mehr rumzuhören, da habe ich einfach mal Scheiße zu machen. Oh, ich habe eigentlich ein Prozent. Und ein Garten von gleich Nuller. Ja, alles gut. Und jetzt werden wir direkt zu Beginn, die Füge achten. Oh, hier sehen ich kein Goldmein. Ah, ja. Let's go, let's go. Okay, Leute, wir gehen hier hoch und ich möchte unbedingt diese Snow Map, allerdings weiß ich nicht, ob ich da hinkomme, einfach so, ich weiß ja gar nicht, wie die leist, ne? Um diese Schneemänner kaufen kann. Ähm, ich hab's Nadia mal ne Folge gemacht und danach hat's auch schon ganz gleiche Einsatz. Und jetzt, ähm, was kann man hier alles voll sehen? Übrigens, weiß ich noch nicht, wie ich gemerkt habe, aber ich habe... Oh. Ich hab das Video von Null eingestellt. Also, ich wollte noch fragen, ob's besser klingt oder ob's die Geise klingt. Oh. So. Oh, ich hab das schon ins Goldgeber blieben. Äh. Ach, wenn ich sie einfach rauskomme. Okay, Moana. k k k k k k k k um ich habe gar nichts und hat mich auch nicht Das wissen wir gar nicht, oder? Wenn sie sich jetzt gleich auf den Mörder rauslaufen und zur dunklen Füße. Oh Scheiße, ich versteck mich jetzt. Oh mein Gott, hier ist er... Ah, hier ist ein ganzes... Einfach seine mit ihm! Jaaaa! Let's go! Willst du mal? Oh, zu, Leute! Oh Gold! Gold! Okay, Leute, das war gerade alle chaotisch. Das haben ja hieß so viele Kommentare. Kann man hier nicht unterstehen? Ach nee, das geht von mir. Die Nachtspiel beginnt. Ja, Leute! Mörder Missy! Wow! Hier kann man doch gar nicht mehr, oder? Ja, das sind... Ach, hier haben wir schon mal getestet. So Leute, die sind wieder unschuldig. Und ja, wir haben auch wohl diese Runde zu gewinnen. Ich neulich vermute, dass wir das ganz interessiert sind, so ist ja am Laufen. Ja, irgendwie Mörder Missy, das ist hier immer was Spannendes, ne? So, immer schön anhalten. So, immer schön anhalten. Das Alzen kriegen... Oh, Alter! Ich hab's noch gesehen! Ich hab's noch gesehen! Ich hab's noch gesehen! Ich hab's noch gesehen! Wo haben wir das denn hier? Wo ist meine Leine hier? Ja, ich hab's halt den Menschen noch gesehen, ne? Ähm... Die Frage ist... Ich hab's noch gesehen! Ich hab's noch gesehen! Nein, nein, nein! Ich hab's noch gesehen! Oh! Kann man jetzt das schon wieder nachfauen? Egal, äh... Ja... Nein... Nein, nein... Ah da... Ähm... Der Killer war... Alter... So hat er actually nicht... Ne... Dann war's mit der da, ne? Jaaa... ... 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 So Leute, wir spielen noch eine Runde, ähm, ich denke, wir wollen ja hier genügend lang sein, wie gesagt, es hat einfach keine Zeit auf Kunden zu machen, es hat einfach nichts zu wollen, es hat einfach nichts zu wollen, es hat einfach eine Schädigung, what? Wow! Oh, ah, 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 ah. 5 Minuten später. Keine Ahnung, was jetzt gerade los war. Aber es ist die richtige Meldung, 100% Chance. Yay! Spass, äh, Leute, wir gehen noch in die Lobby. Jetzt hat man das weg, das ist die Idee. Also Leute, was war das jetzt gerade? Ähm. Ja, Leute, ich denke, ich bin scheiße. In Murder Mystery, das ist jetzt auch wirklich... Alle wissen, alle wissen, oh, Kopf, Leute, wir stehen noch zu fast kurz zu meinem Kupperschnitt. Oh, das muss halt einfach nur so... Ähm, mag ich jetzt die Freundschaft? Es hat so geil aus. So Leute, ich denke, das war's für heute in der Folge. Ich danke Ihnen für das Zusehen und ich wünsche euch, dass ihr euch noch einen wunderschönen Tag. So一 Mal. So. 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 Vielen Dank.